Hallo, wir sind die 1BFK 1 der Gewerblichen Berufsschule Weiblingen. Wir nehmen an dem Juniorwettbewerb 2023 des Fachverbands Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg für Berufsschulen teil. Wir möchten euch unsere Arbeit vorstellen und zeigen, wie wir zum Endergebnis gekommen sind. Der Auftrag war ein 60-sekündiges Video zu dem Thema Curly Hair Couple zu erstellen, also ein Pärchen zum Thema Lockenstilen. Als erstes haben wir in der Klasse unsere zwei Models Mina und Zagwan ausgesucht und das Stylistenteam zusammengestellt. Dieses besteht aus Sarah, Maxine, Saim, Uwe und Ranje. Zudem ein Kamerateam, geführt von Lana und eins für die Bearbeitung des Clips. Der erste Versuch ist so entstanden. Wir waren mit dem Frisurenergebnis nicht so gut. Wir waren wirklich zufrieden, da es für uns nicht kreativ genug war. In einem Brainstorming hatte Fabio dann die Idee, einen Curly Look mit Edges zu kreieren. Also haben wir uns wieder an die Arbeit gemacht. Diesmal mit Mina und Uwe als Models. Und so entstand das zweite Video. Und so entstand das zweite Video. Da alle guten Dinge drei sind, haben wir uns in unserer Klassenbesprechung dazu entschieden, noch einen dritten Versuch zu starten. Diesen wieder mit Mina und Zagwan als Models. Im Anschluss hat unser Produktionsteam sich an die Arbeit gemacht, um den Clip zu perfektionieren. Wir hatten sehr viel Spaß an der Umsetzung des Projekts und hoffen, ihr seid von dem Ergebnis genauso begeistert wie wir. Und so entstand das zweite Video. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.